So, willkommen auch zurück zu Ghost Ricken Wildlands die Glosettbäder, die nur leider bis Montag 12 Uhr geht und dann kommt das Spiel leider auch erst am 3.12. raus. Nebeneinsatz, Medikamentenüberfall, halten sie den Konvoi auf. Eigentlich könnten wir das mal machen. So, Fahrzeug in gutem Zustand. So Leute, alle rinnen mit euch. Ey, Rutsch! Dann werden wir mal versuchen, den Konvoi aufzuhalten. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Da steht er schon. So, los jetzt. So, den Konvoi holen bei uns. Los Leute, schießt drauf. Ah, ich komm nicht ran. Ey, schieß doch, schieß doch auf. Boah, was. Schönes Ding. Die Rebellen können das Zeug brauchen. Besser sie haben es als das Kartell. Puh, bringt halt nicht, wenn die Scheißkiste kaputt ist, ja? Moin. Wo ist alle rinnen hier? Ey, steck da rein. Boah, ey. War ja schon mal kräftig, ey. Wichtige Aufklärungsdaten. Untersuchen Sie diese wichtigen Aufklärungsdaten, um einen neuen Einsatz in Itokua. Wollt zu schalten, oder weiß ich, wie das rausgesprochen wird, ey. Ja, moin. Ähm. Ach, komm. Dann fahren wir da einfach mal hin. Aber war schon geil, so die Verfolgungsjagd. Das hat mir schon echt gefallen, ey. Boah, was war denn das? Hammer, geiles Fahrzeug, ey. Der hat gestern Abjagd gemacht, gell. Boah, hier sind überall Tangos, ey. Überall Tangos, ey. Hier wurde erledigt. Boah, hier könnten wir auch ein bisschen leise sein. Boah, hier sind... Feuer, okay. Inklusive, äh, ziviler Opfer sollte er natürlich nicht sein. Boah, hier werden alles voller Tangos sein. Hinter uns. Verragma, Feuer! Alles klar. Allmächtiger. Ah, Alter. Oh, fett, Alter. Oh, auf dem Dach, ey. Feind getötet. Kappen mir, kappen. Boah, wat? Verfick der Scheiße! Äh? Ja, hoff' ich. Alter, wo kam denn das Auto her? Warum hat das so lange gedauert? Weil... Weil... Überall Wildschuße sind, ey. Da wirst du ja irre. Oh, wo ist die Kacke? Boah, ich brauche nach sich hier rät, ey. Dann sehe ich hier gar nichts, Alter. Werner von uns. Wir hängen am jedem Fenster, ey. Das gibt's da ja nicht. Na, komm. So, guck mal, irgendwo rin hier. Boah, ist ja irre, ey. So, und jetzt haben wir. Errechen Sie, ey. Politos Garage. Boah, die Fahrzeuge sind dermaßen kaputt, ey. So, Garage, ja. Wir schaffen die Information, um Rebellenoperationen Nachschub, Überfälle, Auslösung oder Ohren zu finden. Hintergrundinformationen zu Bolivien, der Frakturen liegen, okay. Wenn wir da mal hinfahren. Ja, komm, rin hier. Ja, komm, rin hier. So, dann fahren wir mal da kurz hin. Ja, komm. André, du fetalisten, platt. Okay. Nachschubgefälle finden, Rebellenoperationen finden. Ähm... Machen wir mal, Titta. Hier ist die Frachtliste eines Versorgungsflugzeugs vom Kartell. Sieht aus, als wäre es startbereit. Die Rebellen könnten das Zeug wirklich brauchen. Sollen wir die Maschine klauen, Boss? Für die Gelegenheit. So, wo ist das hier? Treibstoffüberfall. Schüllen Sie das Flugzeug? Ach du Scheiße, ey. Flugzeug, ey, das muss halt echt nicht sein. Nachschubüberfälle. Das mit den Hubschraubern war ja schon geil, aber... Flugzeug, ey. Das wird eine harte Nummer, ey. Auch so schöne Hell hier. Gucken, ob wir das hinkriegen. Aber wie eine Hubo oder so irgendwas, ne? Ah, da sehe ich einen Weg. Auf der Karte. Ach, kaum, ey. So, mal gucken, ob wir hier irgendwie hochkommen. So, 90 Meter. Das nehmen wir natürlich auch gleich mit. Gegner getroffen. Hey, wir haben einen Narco mit MP. Alles okay. Nicht beim Lager-Eingang. Weil hier wird mich... Ah, das wird voll sein. Nur gab es einen Vorteil, ey, Cup. Hab noch einen Tango. Abschuss. Wir haben jemanden wachgerüttelt. Dürfen ja nicht mehr so viele sein hier. Ja, wo ist der Brenner? Boah, wo kommen die alle her, ey? Ja, da hat ich schon ihn gesehen. Ja, aber die sehen... Die sehen rein gar nichts, ey. Hier ist einer dieser Kartellorden. Dem wird bestimmt ein Sicario vermissen. So, dann werden wir das mal gleich mitnehmen. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Dieses Dokument erwähnt einen Unidad-Hauptmann, der Gefangene von Jody und Polito verhören lässt. Der weiß, wo unsere Turtel-Täubchen stecken. Aber er sitzt im Unidad-Stützpunkt. So, und dann gehen wir nämlich gleich mal dahin zu dem Flugzeug, weil das ist uns gerade weit weg. 200 Meter, da könnten wir einen geschlopfen. Stehlen sie das Flugzeug. Naja, wir werden sowieso gleich mal gucken. Ich sehe ein zweites Ziel. Ich habe ein drittes Ziel. Also vier Mann. Vier Mann, da dürfte man ein Geschenk kriegen. So, dann werden wir schon mal ihn ausschalten hier. Dann ist es schon mal eher weniger. Oh, was? Scheiße! Ob das zu meiner Klasse-A-Uniform passt? Das sollte natürlich nicht sein, ey. Dass sie mir das Scheiß-Flugzeug zerschöppern, ey. Scheiß-Granate, ey. Ach Mann, ey. Das ist natürlich blöd. So, dann muss man auf die Karte hier nochmal gucken. So, was haben wir da oben? Nebeneinsatz? Ah, okay. Dann würde ich sagen, machen wir das da. Amadellos-Kommandant Itukur. Erreichen Sie die Basis Amatilo. Der Unidet-Hauptmann in der Basis Amatilo schickt La Juri und El Polito häufiger Gefangene zum Verhör. Begeben Sie sich zur Basis Amatilo, spüren Sie den Hauptmann auf und finden Sie heraus, was er weiß. Oh. Paka Ataris Rebellenbewegung steht kurz vor dem Aus. Wenn wir das Blatt wenden, können wir später auf seine Unterstützung zählen. Wir wissen, wo El Politos Auto steht. Ja. Stehen Sie es und meine Leute analysieren seine Navidaten. Ein Unidathauptmann namens Fuentes hat mit Juri und Polito gearbeitet. Verhören Sie Fuentes. Mal sehen, was er uns sagen kann. Genau, das machen wir nämlich jetzt als nächstes. Moment, ich fahre. Geh, ich komm hinterher. So, Kollege, steigst du ein oder hast keinen Bock heute? Ne? Jetzt haut die noch nicht so hin, ne? Ach so, ist nun zweimal ein Fahrzeuger. Ja, moin. Alles klar, hier ist ein bisschen Grumlet nicht geht. Geil. Jo, dann müssen wir wahrscheinlich schon erstmal so runter. Und dann werden wir uns nämlich uns ein Fahrzeug stehlen. Aber so, die Nebenmissionen, das ist so alles, ey, das ist schon recht cool. So, dann holen wir uns hier mal ein Fahrzeug. Möglichstens vier Sitzer. Sitzt hier einer? Ey! Oh, was? Hey, lass die Waffen unten. Die Leute haben schon zu viel mitgemacht. Wo ist der los mit Fahrzeuger? Die Fahrt kann losgehen. Na, dann renn hier. Na, die stehen nur blöd rum. Ey, was ist denn hier los? Ey, so ein Scheiß, ey. So, der kommt auch runter. War das mit dem da oben? Na, warten wir auf den noch. Das ist ne beschissene Ecke zum runtergehen, wa? Ey, sag mal. Los, renn jetzt hier. Oh. Na komm, nochmal renn hier endlich. Oh, Mann, ey. Nächst mal kloppen den Ufschrauber, ey. So, 500 Meter. Das wird dann unsere, erstmal unsere letzte Mission sein in diesem Part. Weil hier wird nämlich die Hölle los sein. Ach, du Scheiße. Den werden wir gleich mal ausschalten, ne? Ja, den werden wir auf jeden Fall auch noch zerlegen. Weil die pusten uns sonst weg, ey. Hey, ein UNIDAT-Soldat. Äh, anfordern. Gibt Zeichen. Ziel eliminiert. Sehr schön. Schon mal zu scharf zu schützen, wen ja. Mit dem Hauptmann, der mit Judy und Polito in Kontakt steht. Wir brauchen das Ziel lebend. Verstanden. Huah. Yo, sehe einen Soldaten. Da drüben, im Bunker. Na bitte. Okay, sehe den UNIDAT-Hauptmann. Na, da ist mal hinkommen, ey. Okay. Da erst mal hinkommen, ist ne geile Sache, ey. Mach mit am dümmsten. Scharfschütze im Turm. So anfordern. So, die befreien wir gleich mal. Hör, die Hund erst mal sich gleich knarren. So, die greifen wir schon gleich mal an. Sehr schön. Ein bisschen Unterstützung schadet nicht. Und ich renne dann gleich mal nach oben. So, der ist da oben. Da ist er. So. So. Ganz wie du willst. Aber bei sadistischen Fickern wie Judy und Polito hängst du vielleicht als nächster von der Decke. Man kann ihnen nicht trauen. Wäre besser, wenn ich sie aus deinem Leben streiche. Ich bin keine Ratte. Aber scheiße, ja. Ich habe Angst. Aber sie sind gar nicht in Itaqua. Dann lock sie nach Itaqua. Sag, du hättest ein Paket. Oye, Polito. Ich habe hier ein Lamm für dich. Un Borrego. Vale. Einsatz. Abgeschlossen. So, ich würde sagen, wir machen hier Stopp. Wie gesagt, um rechts seht ihr Instant Gaming. Schaut auf jeden Fall da mal vorbei. Teilt das Video. Liked das Video. Kommentiert das Video. Lasst ein Abo da. Und wir sehen uns auf jeden Fall später wieder. Haut da rein. Bis dann. Vielen Dank, dass ihr euch das Video bis zum Ende angeschaut habt. Links letztes Video. Rechts nächstes Video. Und wenn ihr wollt, lasst bitte gleich ein Abo da. Unten in der Mitte. Und bitte lasst ein Like und ein Kommentar da. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020